Hallo, ich bin Thomas von Polaroid und unser heutiges Thema ist, welchen Film brauche ich für meine Polaroid 600 Kamera? Diese 600-Vox-Type-Kamera benötigt sogenannten Integral-Film. Diese wurde bis 2008 von Polaroid produziert. Polaroid produziert heute keinen Film mehr. Aber aus der 2010 wird der Film mit den berühmten weißen Rahmen von The Impossible Project in den Niederlanden hergestellt. Es gibt Farb- und Schwarz-Weiß-Film sowie diverse Speziale in der Zunge. Wichtig ist jedoch zu wissen, dass diese Art von Kamera Filme deine Richtempfindlichkeit ISO von 600 benötigen. Unser Tipp, die Rückseite der Filmschachtel zeigt, für welche Kamera der Film geeignet ist. Untertitelung von SWISS TXT www.w AvtaIN차 illustration отдельale Moulin www.sdddok stakeholder-libetion.com www.predyalkonstitarta.de www.sdddokتهite.de 7 bis 4,3% Moulin owski Vielen Dank.